Ich passte nicht ins Rasta rein, man hielt mich für ein faules Schwein. Doch irgendwann, da war ich es leid. Und dann sah ich das Inselrad, das war die erste gute Tat. Die zweite war, ich las sogar mal hin. Da stand Hallo, was geht, was geht? Hallo, die Party steht. Hallo, Deutschland bewegt dich. Sooro, was geht, was geht, was geht. Drei Tag, Drei Tag, Drei Tag, Drei Tag! Zwei romance, Schnabel, ich lasse Armeid! Zwei Fantasy! Uw, also Luke! Ich werde den Eingang einfach mal zeigen, wie wir eine Verteidigung aufbauen. Jetzt hat der Marcel einfach gezeigt, ich greife ihn an, laufe auf ihn zu, er bremst mich und arbeitet mit geraden Fauststößen dann als Verteidigung in mich hinein. Ich habe ein paar Sachen gesehen, wie zum Beispiel Step Aerobic, dann Zumba gab es, Yoga und jetzt kommen wir zu den Fahrrädern, die Fahrräder, die eigentlich nicht... Und bist du auch noch dabei, dann bin ich super dran. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und nun so close, quick, quick, baby, I could so cold. Unless I'm in streets around the world, don't mean a thing if I ain't your girl. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020